hallo nes freunde für alle zuerst mal einschalten ich zocke alle nes games mindestens zehn minuten und heute ist dran darkwind duck während ich das sage läuft auch schon das intro ab ich bin gespannt was mich hier erwartet ich kenne das spiel nicht die serie selbstverständlich also die zeichentrickserie war damals natürlich ein muss ich bin gespannt wie das game ist das game ist von capcom also könnte also ein echt gutes geben sein von dem ich sehr viel gutes auch gekommen mal schauen gleich reingesprungen hier haben wir story so anfang zur einführung ok gestohlen diamanten und gold geht schon mal zur brücke gleich ja ja ich möchte dorthin und da kommt schon das darkwind duck raumschiff so da kurz mal die strahlung checken links rechts runter rauf ist ducken schießen hüpfen hüpfen und schießen ducken und schießen alles geht wunderbar ich kann hier rauf was ist das ja ich habe so handel wie schätze ich das ein mit z mit mehr mit selectors motivieren habe ich das jetzt für immer unendlich oft nein nicht unendlich oft ok hätte ich vielleicht ein bisschen spaß haben wir damit sein sollen ich wusste ja auch nicht dass ich es nicht unendlich oft habe da ist ein diamant ja jetzt etwas runter gefallen thema schauen ja ich steuerung ist super nichts daran auszusetzen da ist ganz schön schnell da unten ja und jetzt da geht es weiter ja leitet es zu muss ein spiel ausschauen genauso mein steuerung ist passt genau man weiß was hintergrund ist man weiß was nicht hintergrund ist es ist irgendwie klar ersichtlich soundtrack stimmt das absolut geniales geben kann ich jetzt schon sagen gibt es zum einsammeln da freue ich mich natürlich besonders ich bin schon gespannt ob es vielleicht noch irgendwie ein extraherz zum holen gibt irgendwie das weiß ich noch nicht aber es gibt ja auch extra waffen also es gibt ja echt cooles zeug hier bin gespannt ob ich hier noch mehr cooles sachen finde wie komme ich da okay dachte es ist irgendwie ein spezial kurbel oder so aha es ist das ein körper das bringt mir der koffer jetzt habe ich wieder blitzschutz wenn ich möchte wenn ich das denn möchte okay da muss ich drauf drücken das fühlt sich echt gut an ich wusste nicht ob ich hängen und schießen gleich dass ich kann im tag mit einer sprechblase super jetzt muss ich ja von ganz vorne anfangen das ist natürlich ein bisschen peter weg 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 mit dir kommt er noch mal weg habe ich gesagt nur ein halbes herz hören okay ich kann hüpfen und mich anhalten und schießen gleichzeitig gut das ist nämlich das was mir irgendwie vorhin gefehlt hat an informationen so ich brauche gar nicht drauf drücken ich muss nur möglichst genau auf diese haken ziehen schießen aha verdreht jetzt schaffe ich es jetzt schaffe ich es ich könnte eigentlich auch andere levels ausprobieren ich sehe schon mit den 10 minuten welche gegeben die rauskommen das ist super ich sage nämlich zocker jedes geben 10 minuten minimum aber minimum das heißt nicht dass ich mal ein gutes geben nicht auch auskosten kann die dumme fliedermaus wie hätte ich das machen kann einfach dranhängen und schießen vielleicht so die weg mich dranhängen und schießen einfach ja das geht ja das hätte ich wohl machen müssen ok rüber rüber schaffe ich das leute das meint ja oder naja jetzt muss ich schaffen jetzt weiß ich ja wie es geht ja es ist halt trotzdem ns gesessen bleibt nsg und die sind halt fordernd sie ist nicht zu luschen so da sagt die ganz eigene art wie man sich auf diese hatten da einhängen muss vom sprungssystem her so echt von oben drauf landen damit das richtig und punkt das geht nicht nein ich muss das extra einsetzen da kann ich querschießen dann wird's gehen das ist der trick ok nochmal soll's leute ja leider ich kenne das geht nicht ich muss ich lerne das mit euch kennen ich spiele vorher nicht probe ich zog einfach drauf los und das bedeutet halt auch dass ich vielleicht so eine sequenz einfach noch fünf mal machen muss bis ich halt check wie es funktioniert und da ich nicht live aufnehmen kann natürlich auch niemand über den chat helfen ein bisschen blöd aber das live aufnehmen funktioniert leider nicht für mich nicht immer so gut aber wenn wir das live mal sehen möchte von mir ich habe die reizendige gegen beispiel live gezeigt nämlich so live aufgenommen mario land haben gehen wir mal land und aktuell grad zelt dann gehen wo ich bin noch nicht ganz fertig jawohl so klappt es auch mit dem nachbarn so wieder zurück komm an na hättet ihr gedacht dass ich die sequenz noch schafft oder habt ihr schon längst abgedreht gleich mal einen kommentar da lassen wenn ihr noch nicht abgedreht habt dumm 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 blöd ganz doof was war ich denke ich immer an sich diese blöcke da was ist denn das eigentlich genau weiter schieben nope selbst hätte zum sequenz zum holen und egal es ist hier sehr gut platt gemacht soll ich jetzt ha ha interessante waffe merken dass ich die habe wow mit zwei seiten gleich und über das messer drüber springen ok das war ein bisschen knapp ähm sehr gut komm schon ach na na komm schon nein gm vor leben ne leite darf versuchen Lilien entrappen welsaß größe und schon noch das andere red wenn es requests ok zehn minuten habe ich schon aber dass ich die empfehlung dafür aussprechen kann ist mir jetzt schon klar kommt absolut in die liste der spielenswerten ns games die stadt da rein was hier abgeht finde ich ja auch cool dass man hier nicht so verschiedene levels am anfang aussuchen kann ich sehe sowieso japan zum ende ist auch nicht selbstverständlich das mit der sonne den jahr vorgehen kann was ist ja für eine bananenschale da darf ich wahrscheinlich nicht drauf oder was passiert bei der bananenschale verliegen leben ja genau ich verlieren leben nein ich habe kein leben verloren aber oder nein ich verliere kein leben der ok das ist mit ihm das kann ich darüber und darauf bringt mir das irgendwas schade ich habe gehofft das bringt irgendwas das ist ja mal cool cooler bricke cool ist das denn bonus gehen wir einfach so zwischendurch aber wie das so eingebaut ist ja auch schon sehr cool lässig ja genau solche kleinigkeiten machen ein gutes game aus ja 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 ausgerutscht das mit diesem reifen da wieder hätte ich drauf müssen ja 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 kommt er wieder zurück der reifen der respond nach links ja der responsible das ist alles andere es leicht ah ja 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 das ist wirklich nicht nicht gerade leicht ein tak und tak schön dass es immer wieder sagt vergesse ich auch nicht ah, come on! jetzt sieht man anscheinend auch wegballern die nerven so, da na, das ist echt nicht leicht hier kommt sofort noch einer die ja ja, ja ja. ah ja ja aber leicht ist das spiel nicht wie gesagt ist es heute ein ring einmal versuche ich es noch und ein das andere level auch noch an vielleicht gab der titel hat es einfach verdient ein bisschen beachtung zu kriegen er leitet die nr schricks werden sowieso wissen dass das ein super titel ist sicherlich das auffällt aber ein coolen titel kann man schon ein bisschen würdigen gibt es eigentlich eine banale entscheide auf der ich da wäre das ende gewesen glaube ich gut versuchte ist das letzte level machen wir noch ein wizard und ich versuche noch dieses dritte level das man auswählen kann naja du bist da haben mittlerweile mitbekommen dass das tag und tag ist oder ja komm ich möchte jetzt ganz nach rechts da weiß nämlich noch nicht ja geht schon sind wir in der kanalisation hier ja ich kann mich erinnern der serie hat er gewohnt irgendwie in der brücke oder so oder aber jetzt das falsche erinnerung im weg das ist das für ein blöse aha da kann mich nicht abwärmen aha ich muss nach dem schießen springer schnell ok so gibt's besser ich würde eigentlich darauf springen war so nicht geplant da ist ein geheimgang es ist nicht gemis aus so da geh weg weg russ hey was solltet es solltet es ein aar es solltet es ein kuchen ja 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 nichts erwähnt ja leute versuch es noch ein bisschen aber späteren levels sind auch nicht leichter nur warten bis der geschossen hat und anspringen so schlecht bin ich jetzt schon nach den 100 mal habe ich es auch verstanden da kann ich anhalten okay das habe ich natürlich am anfang nicht gecheckt ich ich die weg kann man aber eigentlich auch schön gemacht mit dieser dunklen licht anmachen muss und sieht und so ist auch eigentlich sehr nett gemacht gut ich lasse an der stelle ist wirklich gutes spiel es ist echt fair aber es ist halt schwer es ist halt schwer aber nicht unfair schwer es ist einfach schwer und ja das war halt damals so heutzutage gibt es sowas selten wenn man schweres aktuelle spielen will der spielt mal sie lässt das ist aktuell unschwer aber das hier ist so richtig alt und schwer ich will ja nicht mal sein dass das level des einen wie unfair so nein das ist es gar nicht das ist passt alles es ist einfach nur schwer und vielleicht ja die so zehn minuten anzocken nicht unbedingt das richtige das ist entgehen das muss man sich schon ein bisschen rein fuchsen gut ich sage an der stelle danke danke fürs zuschauen danke dass man wieder nicht funktioniert danke für euren träumen hoch danke fürs abonnieren und wenn ihr noch mehr sehen wollt einfach mal da drüben schauen und rumklicken